Wir haben heute Freitag. Ups, hallo. Filo, Holzpfad, Tulpe, Kokosnuss. Gleiche Brühe mit unserem Kohlfisch, Kaulbarsch. Ja, es hilft mir an nichts. Alles nix. Filo. Ah. Hat nichts, was mich interessiert. Dann gehen wir hoch zu der anderen und machen mal die Mühle da unten rechts weg. Ich glaube, das Bewegen kostet auch was. Zack. Jo. Äh. Ein Gebäude bewegen. Das war die Mühle hier. Ah, jetzt. Jo. Sonst haben wir nichts mehr zum Bauen, ne? Ne. Wir haben alles. Schön. Das freut mich. Können wir jetzt runter zur Mühle gehen? Und weiß ich nicht, was wir mit dir tun. Keine Ahnung. Wo habe ich denn meinen Stoff? Ich glaube, der Buch. Trittsteinfahrt. So, war der Blitz wieder scheiße zu mir. Äh, Stoff. Hier nicht. Hier. Dann geht es mal ab nach unten. Quatsch. Ich brauche dafür ja Dinge. Hm. Es stimmt. Was will ich denn mit dem Stoff in der Mühle? Bin ich dämlich. Was kann denn gemahlen werden? Ich habe nichts zu malen da. Oh, da ist noch eine seltene Saat. Habe ich hier noch irgendwas drin? Ja, Mais. Mais kann doch bestimmt gemahlen werden. Kann nicht gemahlen werden. Okay. Weizen? Jetzt wird es dann schwierig. Wir müssen noch runter zum... Ah, ja. Siehst du? Äh, wir müssen nicht runter zum Teich. Wir müssen zum Fluss diesmal. Weil das geht nämlich am Waldteich und am... Na, wo sind denn meine schlauen Zettel? Das sind zwei davon, aber nicht die zwei, die ich brauche. Die liegen hier. Fluss, Waldteich, Regen. Siehst du? Zwischen zwölf und zwei Uhr. Ich frage, wann fährt man hier ab? Na also. Easy. Warum nicht gleich so? Mann. Zettdank. Bündel komplett. Yay. Gib dein kleines Sekunden. Achso, ja, den habe ich doch schon. Ich habe das Aquarium fertig. Jetzt fehlt mir nur noch die Hasenbote. Und das dauert auch ein bisschen. Wenn wir hier fertig sind, kehren wir in eine andere Welt zurück. Okay. Ah, hat auch kleines Aquarium. Ja, jetzt wollen wir nur noch das Bulletin. Da hat nur noch die Hasenbote. Yay. Okay. Sag, jetzt wollen wir nur noch die Hasenbote. Wo ist eigentlich Minus? Oder wo ist ein Zelt? Der kriegt noch eine Frucht von mir. Der gibt mir ja auch immer... Rezepte. Nein, du Minus. Nein, der steht einfach nur unter dem Baum. Nein, nicht essen. Das ist ein großartiges Geschenk. Danke dir. Bitteschön. Sag, Minus ist der, mit dem wir uns... Ja, genau, mit dem wir uns auch ein bisschen verstehen. Da kommt Penny. Warum kommt denn da eine Penny? So, wir könnten drüben... Samen kaufen. In der Dingwüste. Weil wir ein paar... Samen bräuchten fürs... Nein, du gehst jetzt nicht echt. Scheiße, 17 Uhr. Nicht dumm. Stammt. Gut, wir gehen keine Samen kaufen. Scheiße. Alter, ist kein Platz. Was brauche ich denn? Einen Stoff. Oh, ich hätte zur Ding gehen können. Und dieses eine Teil kaufen. Dann haben wir 52.000. Dann habe ich tatsächlich auch alles gekauft, was man kaufen kann. Ich bin ein bisschen proud of myself. Okay. Habe ich hier den Stoff? Nö. Was machen wir morgen? Morgen gehen wir zu dir und ich mache mir den Ofen. Aber ich kann mal gucken, wie man Kinder macht. In dem Spiel. Jetzt sollte ich... Ohne Scheiße sollte ich bei Google Kinder machen eingeben. Meine Güte. Okay. Okay, also... Wenn der Spinner eine gute Beziehung zu seinem Partner führt, ziehen Herzen. Haben wir ja, ne? Hoppala. Den hört dann... Mindestens sieben Tage verheiratet. Das haben wir auch. Besteht eine 5% Chance, gefragt zu werden, ob man Kinder möchte. Geht der Spinner vor seinem Ehepart ins Bett, steigen die Chancen von ihm hier gefragt zu werden, ob ein Kind will. Okay, das heißt, wir müssen jetzt jedes Mal früher ins Bett gehen als Sebastian. Kommt da irgendwas? Nee. Oh ja, angele ihn dir. Ich kann nie genug vom Regen bekommen. Besonders nicht hier auf dem Land. Oh. Oh. Ich habe aber keine Ahnung, wann der Pennen geht. Oh. Der Blitz hat eingeschlagen. Ähm. Wie viele Steine haben wir denn? 332, weil dann würde ich noch mal ein paar Trittsteine machen. Da. Na, wir brauchen bestimmt noch ein paar. Warum ist es denn jetzt hier so dampfig? Ja, der hat jetzt wieder ein paar Pflastern weggemacht. Okay. 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 Weiß ich nicht, weil der... Kannst du mal aufhören, einen zu schlagen? Du warst meinen ganzen Weg kaputt. Oder meine Ernte. Noch schlimmer. Scheiß Blitz. Was brauche ich eigentlich für diese Blitzableiter? Eisenverfahren oder Quarz-Fledermausflügel. Davon könnte ich eigentlich noch ein paar bauen. Ich gebe mal vor, Sebastian ins Bett. Ins Bett gehen. Ja. Oh. Habe ich nicht gefragt. Oh. Ein männlicher Schleim ist geschlüpft. Ui. Stimmt, man kann jetzt Mineralien fischen. Okay. Kein Regen. Dafür Nebel. Jawohl. Hier sucht ein frischer Hummer für eine wundervolle Fischcremesuppe, an der ich arbeite. Wer Gast besitzt oder der Kneipe zum Sternfahrer? Belohnung 800 Gold. Kriegen wir hin. Halt. Ich brauche zwei. Meine Cranberries sind bald fertig. Kann ich heute meine Tierchen wieder rauslassen? Was habe ich da eigentlich gepflanzt? Ich weiß das nicht mehr. Ich brauche doch noch ein bisschen Iridium. Oh. Eine Entenfeder. Brauche ich zwar nicht, aber... Ich weiß gar nicht, wie viele Hühnchen ich haben kann. Ich hätte gerne auch ein Häschen. So, ihr könnt raus. Gestern habe ich auch Ziegenmilch gekriegt, ne? Ja. Ich wollte eigentlich zu scharf. So. So. Dann mal raus, die Damen und Herren. Was sagt, da liegt so, dass er Motorrad ist. Ich dachte mir gerade, wo ist der eigentlich? Halt. Kaffee ist Sommer. Und für den Hummer. Ich gehe jetzt erstmal runter zu ihr. Zur Marni. Und kaufe diese Sammlerbox da. Und vielleicht ein paar Tiere. In Hoffnung, sie ist da. Bist du da? Ja, du bist da. Äh, Tierbedarf. Da, der automatische Greifer. Dann Tiere kaufen. Ich hätte gerne noch ein Häschen. Und zwar... Genau hier. Okay, wir haben jetzt ein Häschen, das Klopfer heißt. Wir haben jetzt das andere Häschen. Die nennen wir Naga. Jo. Äh, Tiere kaufen. Ich hätte auch gerne noch ein Schaf. Wer heißt denn mein anderes Schaf? Wie nennt man denn ein Schaf? Ich glaube, der hieß Rasenmäher, oder? Ähm... Was kann man denn... Was ist versteckt denn noch in dem Bot? Mäher oder so? Hm. Wie nennt man denn ein Schaf? Claudia. Ist mir jetzt wurscht. Gut, dann habe ich jetzt zwei Kühe, zwei Schafe, zwei Schweine, zwei Ziegen, zwei Häschen. Ich bräuchte auch ein Häschen. Hallo, Häschen. So, wie nennt man denn Distrikte? Das ist Mr. Rabbit. So. Jetzt habe ich jetzt mal genug Häschen. Dankeschön. Und den Sammler können wir hochstellen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte auf meinen... Da. Ich suche, tu mal. Können wir nachher gleich gucken, ob wir irgendwo einen eingefangen haben. Sammler automatisch jeden Morgen die Produkte deiner Tiere ein. Funktioniert für Kühe, Schafe und Ziegen. Oh, wie es hier losgeht, ey. Was habe ich noch gekauft? Eine Schaf, ne? Rasenmähe. Genau, Rasenmähe. Oh, Treffel. Ach, halt. So. Den stelle ich mal hier hin. Den Treffel packe ich mal da rein. Dann haben wir eigentlich alles gekauft und gebaut, was es so gibt. Erstmal. Kind wäre halt noch schön, ne? So, wir drehen. Genau, ich wollte nach dem Hummer gucken. Ach ja, nee, halt. Ach so, jetzt habe ich natürlich noch 10.000, gell? Jo. Ich kaufe von den 10.000 noch Samen. Dann sehen wir weiter. Ja.